in der bastelzeit und vor ein paar videos da hatte ich gezeigt dass es so hdmi umschalter damals gab oder auch immer noch gibt in dem fall waren es zwei eingänge ein ausgang und man konnte über den mechanischen schalter zwischen beiden hin und her schalten im video hatte ich auch schon angesprochen dass es die auch elektronisch gab die wahrscheinlich dann nicht ganz so schlimm aussehen und ratet mal was mir in der hand gefallen ist elektrische umschalter oder elektronische das sind zwei die auf den ersten blick halbwegs gleich aussehen liegen aber irgendwie so ich glaube zwei jahre dazwischen oder so zwischen dem kauf prinzipiell sind sie ähnlich aufgebaut wir haben drei eingänge in diesem fall nicht nur zwei und ein ausgang was wir auch schon sehen können dc5 volt die ihr braucht eine zusätzliche stromversorgung der andere schalter der ging ja rein mechanisch das heißt da braucht man nicht noch irgendwie netzteil hier brauchen wir irgendwas ich glaube dabei waren kabel von diesem dc stecker auf usb kann man natürlich relativ einfach in pc einstecken in den fernseher einstecken oder irgendwas anderes was usb hat oder wenn man so was hat gar nicht hat in ein entsprechendes netzteil kleines usb handy ladegerät oder sowas muss man allerdings ein bisschen aufpassen die sind teilweise nicht im dauerbetrieb ausgelegt was auch immer gucken wir mal weiter was wir sonst noch hier haben erst auf der oberseite hier die spezifikation hdmi ok wobei hier kein r oder tm oder irgendwas da ist also doch hier ist tatsächlich ok hier haben wir uns tatsächlich geschafft das register trademark zumindest mal zu notieren ansonsten angeblich 4k ultra hd aber keine angabe welche spezifikation 4k kann halt viel sein es gibt ja auch irgendwie 4k mit 24 frames glaube ich war der kleinste die neueren machen 60 frames oder sogar noch mehr je nachdem was an bandbreite da ist auch ansonsten sehen wir der aufdruck ist nicht ganz identisch ein bisschen andere farbe und vor allen dingen hier wenn wir mal drauf gucken das hier hat ein bisschen weniger an irgendwelchen zulassungszeichen als der hier der hat noch ul und dieses wegwerf zeichen zusätzlich drauf ob man diesen zeichen traut steht natürlich auf einem anderen blatt das sind günstige chinesische geräte ich bin mir da immer nicht so sicher ob die wirklich sich daran halten ansonsten auf der einen seite aber nix auf der unteren seite aber auch nix und auf der seite hier unterschied was haben wir denn hier naja wir können eventuell schon erkennen da steht etwas von ir das heißt also infrarot und tatsächlich bei dem hier war entsprechend so mit klinken stecker ein infrarot empfänger dabei und eine fernbedienung so dass man das ganze sind auch per fernsteuerung umschalten konnte das hat der hier nicht interessanterweise ist der wo es zugeklebt ist ein neueres modell und das lässt mich dann schon so ein bisschen vermuten dass eventuell auch der inhalt unterschiedlich sein könnte einfach weil ich nicht wüsste wieso man den zu klebt ich würde einfach wenn ich ein hersteller wäre hingehen und den qc dann irgendwo auf die rückseite machen und dann einfach beim verpacken manchmal den empfänger und verbedienung reinlegen und manchmal nicht und nicht dann in der produktion vorher zwei schritte machen je nachdem welches modell gerade da hergestellt wird wie auch immer ich möchte natürlich mal rein gucken problem ist wir haben ja schon gesehen hier ist nichts also keine schrauben oder ähnliches das heißt versuchen muss mal auf die brutale tour ich glaube ehrlich bei einem schon gesehen genau das hier meinte ich mir hingucken hier ist schon so eine dalle drin und ein paar kratzer was interessant ist denn noch war ich nicht dran aber wenn wir schon so eine vorlage bekommen dann nutzen wir die doch auch und das ist geklippt hier sehen wir schon den ersten clip wunderschön das dürfte einfach gehen wir uns hier vorarbeiten natürlich schöner wenn wir sonst jetzt da hätte aber ach so zur funktionsweise vielleicht noch gerade kann bitte nun mal schon erwähnt ansonsten gibt es ja einen knopf den kann man drücken und dann wechselt der zwischen eingang 1 2 3 durch es werden glaube ich nur die eingänge benutzt wo auch wirklich was angeschlossen ist also solche sachen wie gerät ist ausgeschaltet und liefert kein strom wird automatisch übersprungen haben also nicht wie beim anderen wirklich ein riesen schalter der da umschaltet so das qc logo bleibt sogar intakt wunderschön und was haben wir im inneren ja das sieht natürlich schon mal deutlich nach mehr aus als beim anderen wir haben auf jeden fall ein ic der zum umschalten genutzt wird auch hier sehen wir schön die paare hier aber wenn ich es richtig sehr ein bisschen besser gemacht da fehlen aber dinge ok reden wir gleich drüber also das erste was uns schon mal auffällt hier bei den hdmi-signalen gebogen das heißt also so wirkliche rundungen keine 45 grad winkel das ist das was ich beim anderen ja schon angesprochen dass man da hin und her gewechselt hat allgemein sieht es ein bisschen konsistenter aus und ja im prinzip haben hier wahrscheinlich irgendwas für stromversorgung würde ich jetzt nehmen und das ist die stromversorgung das müssen wir mal gucken wofür der ist ein paar dioden wahrscheinlich um die fünf volt dann zu benutzen oder sowas mal gucken mal gucken mal gucken infrarot hier ist der infrarot empfänger auf dem bord aufgelötet ok ist denn dieses qc sticker stehen hier ist noch nie im leben durchlässig für infrarot strange holen wir es mal raus gucken uns die unterseite an ob da noch was ist nö nicht viel ein paar traces mit teilweise sehr seltsamen formen wie es läuft aber ja wie es aussieht wirklich nur ein bisschen hin und her und wahrscheinlich ja doch tatsächlich auch ein paar hdmi traces wobei schätzen würde das ist ein icecresti oder irgendetwas nicht ganz so tragisches nun gut gehen wir mal durch was wir hier haben wobei bevor wir das machen holen wir mal gerade den zweiten der hatte ja hier definitiv eine erbuchse drin also irgendeine klinkenbuchse also definitiv was anderes und ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass der ähnlich aufgebaut ist mit diesen clips das heißt wenn wir hier irgendwie dazwischen kommen sollten wir sollten okay jetzt das sieht besser aus auch ins innere kommen wollte ich sagen und hier ist nummero zwei tada das ist tatsächlich ein anderes innenleben ui 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 deutlich anders hhm interesting also von außen das gleiche aber wie wir schon häufiger gesehen haben nur weil man das gleiche gehäuse benutzt heißt das nicht dass das ding identisch ist okay ähm was haben wir denn wo okay 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 icec wir haben beide ihre vor und nachteile würde ich sagen wir sehen auf jeden fall ein paar dinge die auf jeden fall schon mal gleich sind wir haben hier Auch die Dioden für die Stromversorgung. Wir haben auch die drei Ports, die jeweils hier zum Hauptchip laufen, was ja auch hier der Fall ist. Was wir hier unterschiedlich haben, hier bei dem, da haben wir Length Matching, heißt das. Das heißt, man hat probiert, diese vier Traces mit den Signalleitungen gleich lang zu halten. Wir haben ja den Fall, wenn hier der von hier oben direkt bis zum IC läuft. Das ist ein kürzerer Weg, als wenn wir hinten diesen langen Weg haben. Um die gleich lang zu machen, dass die Signale auch gleichzeitig ankommen, hat man dann hier so ein bisschen Serpentinen reingebaut, um entsprechend das Trace künstlich zu verlängern. Sodass entsprechend das Trace hier auf dem inneren Radius und das auf dem außen Radius ungefähr die gleiche Länge hat. Sehen wir auch bei den anderen Ports. Hier ist es natürlich nicht ganz so wirklich nötig, weil hier ist alles ungefähr gleich lang. Aber bei den anderen sieht man es halt schön. Ansonsten, ja, was wir auch sehen können, die Stromversorgung ist anders. Hier haben wir einen Chip, wahrscheinlich einen Linearregler. Hier haben wir keinen derartigen, das scheint direkt durchzulaufen. Rückseite haben wir auch, nix in dem Fall. Ja, okay. Hier haben wir noch einen größeren Chip dazu. Hier einen kleineren. Ich könnte mir vorstellen, dass das beides eine Art von Speicher ist oder Decoder oder sowas. Und natürlich, was wir eben schon gesehen haben, hier ist eine Buchse dran für den Infrarotempfänger. Hier ist ein Infrarotempfänger, wobei der halt zugeklebt war. Gut, ich würde sagen, wir gehen die jetzt einfach nach und nach durch. Dann gucken wir einfach mal, was wir haben. Hier haben wir HDMI 1.4 3 zu 1. Okay. HDMI 1.4, konnte der überhaupt schon 4K? Lasst mal gerade gucken. Ja. HDMI 1.4 macht bis 16 Gigabit und kann 4K bei 24 Frames. Oder 2K bei 60 Frames. Erst hat der HDMI 2.0 Kanal, dingst halt wirklich 4K bei 60 Frames. 24 Frames ist teilweise schon nicht so dolle. Nun gut. Wie gesagt, wir haben hier die Dioden. Die laufen alle in einen Chip rein. Mal gucken, ob ich den hier finde. AG 7110, wenn ich das richtig sehe. Und das ist tatsächlich ein Chip, den es gibt. Müsste Algol-Tex sein. Ist ein HDMI 3 zu 1 EVB. Also in etwa das, was wir erwarten. Interessanterweise gibt es drei Möglichkeiten für Buttons. Und ein MCU-Interface tatsächlich. Das heißt, man kann das sogar irgendwie digital ansteuern. Ja. Allzu viel steht aber auch nicht da im Datenblatt drin. Und dann gucken wir der hier. Das wird wahrscheinlich dann irgendein Flash-Speicher sein oder sowas. Da ist nichts beschriftet. Da würde ich sogar fast davon ausgehen, dass das ein kompletter Mikrocontroller ist. Ja. Müsste eigentlich ein Mikrocontroller sein. Einfach weil er das IR ja auswerten muss. Das scheint hier der Chip nicht zu können. Da sehe ich jedenfalls keine Info dazu. Ja. Wahrscheinlich ein Mikrocontroller und der Chip hier. Der Mikrocontroller kümmert sich dann um den Taster, um die Infrarot-Auswertung, eventuell die LEDs. Wobei man die auch direkt ansteuern könnte. Wäre wahrscheinlich schöner. Mikrocontroller und IC hier laufen direkt von 5 Volt hier bei dem. Und ja. Ansonsten haben wir direkte Verbindung der Datenkanäle rein und raus. Okay. Der andere macht ein paar andere Dinge besser und schlechter. Das erste, was wir schon mal sehen. Wir haben hier ein bisschen was anderes. Und zwar haben wir erstmal hier einen anderen Chip. Das hier ist ein... ...Lontium... ...LT8631. Muss man ein bisschen aufpassen. Gibt anscheinend auch einen LED-Controller oder Schaltregler mit dem Namen. Okay. Das Ding hier bezeichnet ich selber als 3-Port. HDMI-DV-Switch. Blablabla blub. Auch HDMI 1.4-Spezifikation inklusive DDC-Switching. Jupp. Der ist ein bisschen aussagekräftiger. Er sagt nämlich auch, er hat eine Datenrate von bis zu 3,4 Gigabit. Und was interessant ist, denn HDMI 1.4 sagt eigentlich, dass es 8 Gigabit sein müssten. Ansonsten ISQC-Control kann man also auch per entsprechenden Mikrocontroller fernsteuern. 3,3 Volt Stromversorgung. Und ja, das sind so die Aussagen. Und das können wir dann auch hier sehen. Denn im Gegensatz zum anderen, der ja nichts hatte, haben wir hier den hier. Das ist wahrscheinlich ein 3,3 Volt Regler. H, K, L, P, 17, 33, V. Ich gucke jetzt gar nicht weiter nach. Ist 3,3 Volt Regler. Der hat eigentlich einen Elko noch davor. Der ist nicht bestückt. Immerhin haben wir einen kleinen Kerko am Eingang und am Ausgang. Und dann nochmal hier oben welche. Sicher ist sicher. Auch hier haben wir die Dioden für die 5 Volt, die wir auch hier schon gesehen hatten. Ebenso haben wir hier ein paar Widerstände in den Traces, wenn ich richtig sehe, die hier mit denen ungefähr korrespondieren dürften. Allerdings, ja, die andere Seite ist ein bisschen anders. Zum einen haben wir hier was nicht bestückt. Das ist ein Mikrocontroller. Und ich gehe davon aus, dass der Mikrocontroller auch dann zuständig wäre für die Infrarotauswertung. Das heißt, man hat die Diode bestückt. Aber das Ding, was hier hinten dran ist, das fehlt irgendwie. Es sei denn, das hier ist einer. Ja, lasst mal gucken, ob ich da was zu finde. Und natürlich, nein, das Ding hat keine Beschriftung. Leider, leider, leider wieder. Das übliche Problem. Schade. Das ist natürlich jetzt nicht schön, denn ich kann nicht dann rausfinden, ob das hier ein Mikrocontroller ist. Dass man einfach zwei Varianten hier drauf bestücken kann, je nachdem, was gerade lieferbar ist. Oder ob es wirklich nur ein Flash-Speicher ist, der dann irgendwas zwischenspeichert. Weil das gibt es halt auch. Was hier auch vorgesehen ist, sind diese Pads hier. Die sind aber leider nicht bestückt. Das ist eigentlich ESD-Schutz. Das heißt, da kommen normalerweise TVS-Dioden, heißen die drauf. Und die sorgen dafür, dass wenn eine Überspannung hier drüber reinkommt, zum Beispiel, wenn man gerade über Teppich gegangen ist und dann das HDMI-Kabel irgendwie ungünstig anfasst, dass diese Überspannung gegen Ground abgeleitet wird. Und die fehlen hier. Das heißt, wenn wir hier irgendwas anpacken mit zu viel statischer Elektrizität, haut das direkt in den IC rein. Diese ICs haben zwar meistens intern auch einen entsprechenden ESD-Schutz, aber wäre sicher schöner gewesen, wenn man das hier dann doch noch bestückt hätte. Aber andererseits, ja, ich bin gerade auch damit dran und die TVS-Dioden sind gar nicht mal so günstig. Von daher wundert es mich jetzt auch nicht, dass man es bei hier so einem günstigen Gerät weggelassen hat. Ja, ansonsten, viel kann man, denke ich, nicht dazu sagen. Beide haben, wie gesagt, ihre Vor- und Nachteile im Design. Der hier durch das Length-Matching wahrscheinlich ein bisschen bessere Signalqualität. Der hier durch die TVS-Dioden theoretisch zumindest einen Vorteil, die hier halt komplett fehlen. Beide vermutlich mit einem Mikrocontroller, der Dinge tun kann, was dann wiederum heißt, dass er auch abstürzen kann. Aber am Ende, naja, sie funktionieren. Und können ein praktischer Helfer in vielen Situationen sein, insbesondere halt, wenn man Dinge umschalten muss. Ich nutze die zum Beispiel, weil ich eine HDMI-Capture-Karte habe. Das heißt also, ich kann HDMI in den PC reinspielen, um Dinge aufzunehmen. Und habe manchmal natürlich verschiedene Dinge, die ich aufnehmen möchte. Zum Beispiel mein Mikroskop, zum Beispiel eine andere Kamera oder auch mal irgendein Bildschirm, Raspberry Pi oder so zum Anschließen. Da sind die hier natürlich sehr praktisch. Da muss man nicht die ganze Zeit hin- und herstecken, sondern kann einfach Knopf drücken oder halt bei Infrarot umschalten. Und hat so die Möglichkeit, dann die Dinge relativ einfach an die richtige Stelle zu bekommen, ohne dass sich halt die Buchsen abnutzen. Ich hatte es ja schon beim letzten Video erwähnt. Diese HDMI-Buchsen sind meistens nicht für viele Steckzyklen ausgelegt. Also ich habe da durchaus mal welche dabei gehabt. Gerade bei den günstigen Geräten, die dann irgendwie nach, keine Ahnung, 50 bis 100 Steckzyklen dann den Geist aufgegeben haben. Und naja, wenn so eine HDMI-Buchse irgendwie im Fernsehen ist und direkt kaputt ist, weil man die ganze Zeit zwischen Konsole und Sat-Receiver oder sowas wechselt. Ne, das ist dann natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man da ein mehrere hundert Euro teures Gerät hat, was plötzlich nicht mehr sauber funktioniert, weil da irgendwie jemand HDMI benutzen wollte. Aber, naja, noch gibt es überall HDMI, von daher kommen wir wohl nicht dran rum. Prinzipiell, beide funktionieren. Ich hatte mit keinen von beiden irgendwelche Probleme. Entsprechend wandern auch die beiden hier in die Kiste rein. Und eventuell gucken wir uns die dann mal später an, wenn ich ja ein bisschen mehr Messequipment wieder verfügbar habe. Zumindest mal HDMI 1, 2 oder so müsste ich messen können. Das geht ja, glaube ich, bis 4 Gigahertz, knapp 4 Gigahertz. Dafür müsste ich Zeug hier haben, hoffe ich. Und dann können wir einfach mal gucken, wie sauber die Dinger funktionieren. Also, zwei Geräte, gleiches Aussehen. Bisschen anderes Innenleben, aber gleiche Funktion und beide tun in etwa, was es soll. Das geht ja,仇 Vielen Dank.